ja wie ihr seht habe ich einen neuen Skin den Chaokanus nehme ich hier den Waldküren und so, ich versuche jetzt die Herausforderung zu machen leider Gott, das übelst ist scary nicht da das ist schon ein bisschen schade danke für den ersten Kommentar ich hätte es ist Lukas danke, dass du hier bist Ehrenmann das gibt 10 von 10 Punkten 10 von 10 vorher lernen geil motiviert und wie findest du mein neues Logo ich habe ja auch noch ein neues Design schau ich will auch, dass du spielst ich will auch also wenn du sonst noch ein Spielvorschlag hast das ich spielen kann für die PS4 hau einfach rein vielleicht kaufe ich es mir auch wie war diese Flügel bin ich ein Eisvogel? warte bin ich ein Eisvogel? so oh mein Gott oh mein Gott Debbie Debbie wo? Plätzenpark ok so ich bin ewig schon für dich so eyy ok dann gehe ich jetzt Lazy Lake du kannst auch schreiben welchen Skin ich nehmen soll dann geht es für die nächste Runde mhm 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 und wenn du es noch auswendig weißt wenn du es noch auswendig weißt ich bin aber gar nicht eigentlich ürt ach jetzt verstehe ich das äh 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 ehre man ich glaube ich glaube der neben mir der hat ein bisschen zu viel Apex im Spielchen und wieder hoch und runter gebootig äh jo ja 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 werden wir Oh, ich bin f***ing lazy, ah! Alter, was war das für'n Hacker? Der Ecke mit der Pistole einfach nur headshot. Lennon15 sagt Hacker, obwohl er gutes Aim hat mit der Pistole. Hacker! Ähm, ja, wo es euch landet? Dirty dogs! Dirty dogs! Oh, s***! Äh! Uh! Boah! Oder? Ich hab einfach nur die ersten Buchstaben. Kannst du auch sein. Ich hab die auch nicht. Felsigfarm. Dann geh ich noch Felsigfarm. Ist leer dran. Das ist ein Hacker. So will ich noch real sein. Und er? Ich hab ihn schon. Ich hab ihn nur die erste Mal und screw, dass er die anderen Löcher nicht mehr oder und die besteht ist, Ich hab ihn nicht auf. Lass mich hier wiederentwickelt. Entfernen ja auch mal in die Einser. Er ist ein Hacker. Aber ich hab ihn noch nicht dagegen. Ich scheibe ihn noch nicht. Ich bin noch nicht nehm. Unwärts�ne. Oh. 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 Oh shit. Ehre. Kommt mit aus dem Leben genommen. Die Ehre einfach genommen hat. Warte. Okay danke. Irrenmen. ach so was kostet extra holz so nicht mehr verstehe ich das kann man sehen wie lange die person nicht mehr unnötig denn in 15 jahre kapiert gerade dass man für lagerfeuer holz braucht ach egal hof an bord die lege um denn er ist 15 Jahre alt und kapiert nicht dass das ein Loch ist hey endlich geiiiil Prozent all was ich brauche all was ich liebe alles was ich brauche alles was ich liebe mit dem Geld und das wird oh shit oh shit oh my god ist das schlecht oh shit oh my god braucht die mit der Pant t t t t t t t t Lennart seit 15 Jahre alt. Du merkst nicht, dass er schlecht ist so Lennart seit 15 Jahren äh... Lennart seit 15 Jahren sagt er wird Hedgehurt gesniped und fünf Minuten später gibt er jemanden Perf. Fast-Hedgehurt Lennart seit 15 Jahren bemerkt er, dass er in der Zone muss oh scheiße scheiße Oh mein Gott, meine Rettung. Ich kann gar nicht die Kommentare lesen. Tut mir so endlich leid, Lukas. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, jetzt überlebe ich das nicht. Oh mein Gott, ich kann ich in die nächste Zone. Oh! Einfach nicht drauf achten. Ah, das wäre geil. Oh mein Gott. Also wenn das passiert. Ehrenaktion von der Zone. Ich kann nicht nur noch eine. Ganz geheime Basis. Oh Gott. Was ist das? Boah, ist das schlecht. Ich geh auch kurz nach der Bandage. Oh mein Gott. Alter! Was ist denn? Ich habe ein Problem mit mir. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Danke. Fick dich. Ja. Geil. So, was hat Lukas alles geschrieben? So, Leonard 15 bemerkt nicht, dass er in die Zone muss. Leonard 15 bemerkt gerade, dass er einen Minion recht hat. Ja. So. 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 So, so. So. Untertitelung des ZDF, 2020